Hallo und herzlich willkommen bei diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge zeige ich dir, wie du die Velocity von mehreren Noten, also die Anschlagintensität, ganz einfach mit einer linearen oder logarithmischen Anhebung oder Absenkung, wie hier im Bild versehen kannst. Also sowas wie ein Fade-In oder Fade-Out, nur eben für Velocity-Werte. Aber legen wir doch einfach mal los. So, ich habe hier einen Clip. Dann schalte ich einfach mal um und hier sind mehrere Noten drin. Und wenn ich mir die Velocity-Werte hier anzeige, sind alle gleich und das hört sich so an. Und ich möchte jetzt einfach diese Velocity-Werte mit einer ansteigenden Lautstärke versehen. Das könnte ich natürlich über den Output-Schalter von meinem Synthesizer realisieren, mit einer Automation zum Beispiel. Das möchte ich aber an der Stelle nicht, weil ich es hier mit den Velocity-Werten machen möchte. Was auch vermutlich auch noch einfacher ist. So, und dazu gehe ich hin und benutze das Pen-Werkzeug bzw. das Stift-Werkzeug. Das wähle ich aus, indem ich die 3 über der Taste W oder E drücke. Oder ich gehe hier links oben über dieses Keyboard in das Menü rein und wähle hier Stift aus. So, jetzt habe ich diesen Stift. Dann gehe ich auf den ersten Velocity-Wert oder so ungefähr auf den ersten, also dass ich weiß, dass ich den haben möchte. Halte die linke Alt-Taste gedrückt, klicke einmal kurz hier rein, lasse alles wieder los und ziehe jetzt eine diagonale Linie nach rechts oben. Geht auch nach links übrigens. So, dann stelle ich den Wert ein, wie ich ihn hier am höchsten haben will und klicke wieder mit der linken Maustaste. So, und jetzt habe ich schon die ansteigende Lautstärke. So, machen wir das Ganze nochmal zurück. So, wenn ich jetzt aber möchte, dass das kein linearer Verlauf ist, wähle ich wieder das Stift-Werkzeug aus. Entweder mit der 3 oder hier über das Menü. Dann gehe ich hier unten hin, drücke wieder die linke Alt-Taste und die linke Maustaste einmal kurz. So, ziehe wieder den Verlauf hier nach oben und halte jetzt die rechte Maustaste gedrückt und schiebe die Maus nach oben oder nach unten. Und halte die Maustaste immer noch gedrückt, solange bis ich damit zufrieden bin, was ich hier mache. Und sobald ich zufrieden bin, lasse ich die Maustaste einfach los und dann habe ich diesen Verlauf. So, und natürlich kann ich da auch zwischendrin nochmal editieren, wenn ich jetzt hier sage, okay, ich möchte ab hier linke Maustaste, linke Alt-Taste und dann fahre ich zum Beispiel so, rechte Maustaste. Mache ich so eine Kurve hier hin und von der Seite linke Alt-Taste, linke Maustaste. Gehe ich ungefähr so hin und jetzt drücke ich einfach nur die linke Maustaste, weil ich damit zufrieden bin. Und kann mir hier somit alle möglichen Varianten zusammen klicken, die ich möchte. Das war es an der Stelle schon. Ich hoffe, euch hat der Tipp gefallen. Ich kannte den sehr lange nicht und bin erst in einem Livestream drauf gekommen. Und ja, hinterlasst mir doch einfach einen Kommentar, abonniert den Kanal, kommentiert, liked das Video, teilt die frohe Kunde weiter und ich würde mich freuen, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Bleibt gesund, bis bald. Ciao, ciao.